Die Frage ist doch, was hat den Heimweg zu einem der meiner Meinung nach besten Sebastian-Fitzek-Bücher gemacht? Ja, auch dieser Sebastian-Fitzek hat so seine Sebastian-Fitzek-Merkmale. Ist halt ein klassischer Fitzek, der einfach von vorn bis hinten sehr konstruiert wirkt, der so nicht wie so aus dem Leben gegriffen teilweise wirkt, sondern einfach so, ja, hier baut man direkt auf so einen absolut krassen Plottwist hin, der am Ende kommen soll, der einen aus den Socken hauen soll und ja, das passiert halt auch. Und auch hier in diesem Sebastian-Fitzek hat man halt nicht diese überkrassen Charaktere, aber das kennt man ja von Sebastian-Fitzek. Und trotzdem finde ich dieses Buch eines der besten von Sebastian-Fitzek, wenn nicht das Beste überhaupt, weil es halt eine Thematik hat, die wirklich aus dem Leben gegriffen ist, die einfach immer noch super wichtig ist. Es geht um Jules, der bei einem Heimweg-Telefon arbeitet. Die gibt es übrigens auch in der Realität sozusagen. In Deutschland machen das Ehrenamtliche, wie am Anfang darauf hingewiesen wird. Und bei einem Heimweg-Telefon geht es darum, also das ist eine Hotline, bei der Frauen nachts anrufen können, wenn sie sich alleine auf dem Heimweg befinden und sich irgendwie unwohl beobachtet, verfolgt fühlen. Und dadurch können sie einfach mit einer Person reden, die dann im Notfall, falls wirklich was passieren sollte, auch Hilfe holen kann und auch eben weiß, wo diese Frau sich befindet. By the way, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, theoretisch können auch Männer da anrufen. Und damit befasst sich das. Jules arbeitet eben bei diesem Telefon und kurz vor Mitternacht wird er dann eben von einer jungen Frau angerufen, die sich eben verfolgt fühlt und meint, ein psychopathischer Killer verfolgt sie und würde sie am Beginn des Tages umbringen. Und man findet natürlich jetzt mit der Zeit so ein bisschen raus, was hat sie damit auf sich. Und was ich so interessant schon mal daran finde an diesem Konzept ist sozusagen, an der Erzählweise, wir haben hier eigentlich zwei Handlungsstränge. Wir haben Jules und wir haben Clara, die beide an verschiedenen Orten sind und verschiedene Dinge erleben, aber halt trotzdem durch dieses Telefonat das irgendwie gemeinsam erleben und das zusammengeführt wird. Und das ist eine interessante Erzählweise. Also dieses gesamte Buch ist quasi dieses Telefonat. So, es geht damit los, dass das Telefonat anfängt und erst gegen Ende oder so, irgendwann hört es mal auf. Und eigentlich ist das schon mal eine ganz interessante neue Erzählweise, die man jetzt so, sage ich mal, bei Sebastian Fitzek noch nicht hatte. Aber zurück zu dieser Thematik. Man könnte so ein bisschen meinen, das hatte ich zumindest das Gefühl am Anfang, hey, das ist ja völlig übertrieben gefühlt. Jede Frau, die in diesem Buch vorkommt, hat übelst den krassen Partner oder irgendeinen Mann im Leben, der sie missbraucht, verprügelt regelmäßig. Das ist ja völlig übertrieben. Aber es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber halt wahrscheinlich weniger stark, als man es gerne hätte. Und ich glaube, dass dieses Problem definitiv besteht, dass Frauen irgendwie immer noch in dieses Konstrukt, das schwächere Geschlecht, reingedrückt werden. Und man merkt es ja immer noch daran, also wenn ihr jetzt mal in euren Freundeskreis schaut, ihr seid irgendwo abends unterwegs im Freundeskreis und eine Frau aus dem Freundeskreis will dann heimgehen, es kommt sofort irgendwer, der sagt, hey, ich begleite dich noch heim. Wenn es aber ein Mann sagen würde, ich gehe jetzt heim, käme dann niemand auf die Idee. Nicht unbedingt, weil man das Gefühl hat, Männer können sich besser verteidigen, sondern weil man das Gefühl hat, da ist es einfach nicht nötig. Die werden nicht so angegriffen. Und das ist halt echt ein Zeichen dafür, und dass dieses Problem halt einfach immer noch besteht. Den Psychopath, der in diesem Buch vorkommt, fand ich übrigens auch noch ganz interessant, so zu sagen, wenn man das so sagen kann, weil er eben nicht einfach nur Psycho um des Psycho-Willens Psycho ist, so wisst ihr, wie ich meine. Also nicht einfach nur Evil, weil Evil halt, sondern er hat irgendwo einen Punkt. Nicht unbedingt einen Punkt, den man nachvollziehen kann, der ja richtig ist oder so. Aber er hat so eine Sichtweise und ist nicht einfach nur böse, weil er halt böse ist. Und das finde ich halt immer ganz, ganz interessant. Ich nenne das immer so ein bisschen das Joker-Phänomen, weil das halt der Joker aus Batman ist, gefühlt der auch irgendwie, ja, so der Böse ist, aber der halt auch irgendwie eine Sichtweise immer hat. Und nicht einfach nur böse um des Böse-Seins-Willen, so. Das Ende ist halt wieder mal sehr klassisch Sebastian Fitzek. Es hat sozusagen einen aus den Socken gehauen, und man hat nicht damit gerechnet, dass das passiert, was dann am Ende passiert. Aber ich war halt irgendwie so ein bisschen, naja, hätte es irgendwie nicht gebraucht. Es wirkt halt wieder mal so, wie als hätte man auf Krampf versucht, nochmal eine völlig überraschende Wendung hinzuknallen. Und vielleicht hat das was mit genau diesem Ende zu tun, vielleicht aber auch damit, dass ich mittlerweile zu viele Sebastian Fitzek-Bücher gelesen habe und das immer noch merke, dem langsam überdrüssig zu werden. Weil ich weiß noch genau, dass ich die ersten Bücher von ihm so unglaublich hammermäßig geil fand und so begeistert war von diesen unerwarteten Wendungen. Und dann habe ich manchmal so das Gefühl, jeder Mensch sollte halt nur ein oder zwei Sebastian Fitzek-Bücher lesen und dann wird es halt irgendwie immer wieder das Gleiche vom Konstrukt her. Ich habe ja schon mehrmals jetzt das so geäußert und nach wie vor noch nicht beschlossen, Fitzek nie wieder zu lesen. Aber ich habe halt immer so dieses, ja, man kann das so hin und wieder mal lesen. Für so eine kurzweilige Unterhaltung, wo man mal so ein Buch nimmt und das dann halt innerhalb von zwei Tagen durchliest. Sie sind halt einfach nichts Besonderes, aber so für zwischendurch, für so einmal im Jahr, ist es halt schon irgendwie was Gutes. Dieses Buch hier hat halt einfach noch eine sehr wichtige Thematik, so ein bisschen, das macht halt so auf ein Problem aufmerksam, was man immer mehr so ein bisschen aus dem Blick verliert, wo man sich gar nicht mehr so bewusst macht, dass das immer noch da ist. Und wenn man das liest, dann sieht man das Problem gefühlt überall und deswegen wirkt es nach. Aber wenn jemand glaubt, sich von sowas schnell getriggert zu fühlen, dann sollte diese Person das vielleicht nicht unbedingt lesen. weil es eben auch sehr brutal ist und diese Brutalität eben gerade deswegen, weil sie so real wirkt, nicht unbedingt Spaß macht.